Moin, ich bin Florian von Autoprojektur und hier haben wir die Cover für den Opel Saphira B. Zum drauf machen einfach an der Innenseite anfangen, dann geht das hier unten drunter und hier oben drüber und schließt den Scheinwerfer einmal komplett, richtig reindrücken, einmal hier oben noch am Kotflügel und da sitzt das Ganze schon richtig stramm drauf, wie eine zweite Haut. Die Haube schließen und sich dann erfreuen. Ja, perfekt, haben wir den verschiedenen Farben, also hier haben wir jetzt Moin Dunkel, gibt es dann noch eben mit Schwarz-Glanz, Schwarz-Matt, Gelb-Rot, wie auch immer, alles möglich, einfach melden. Zum Abmachen muss die Haube wieder aufgemacht werden und dann hier oben an der Kante, die hier oben ist, einmal dran drücken und dann kann man es so wieder abziehen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.